Ich war 28 Jahre alt, als ich begriffen habe, wie man ein Handtuch richtig um seinen Körper legt. Denn wenn du das Ganze jetzt so machst, wie ich hier demonstriere, also einmal umschlägst und dann diesen Zipfel hier reinsteckst, dann rutscht das Ganze ziemlich leicht raus. Wenn du dich jetzt also im Haushalt bewegst oder hier wie ich ein bisschen rumhüpfst, dann hast du das ganze Handtuch in der Hand. Viel einfacher geht es mit diesem Trick. Du legst das Handtuch ganz normal um dich rum, wie vorher auch, und dann steckst du den Zipfel aber nicht in die Seite rein, sondern du schlägst das Handtuch einfach um. Das kannst du auch mehrmals machen. Wenn du das getan hast, wird das Handtuch nicht mehr runterrutschen und du wirst nicht mehr davon genervt. Und wie alt warst du, als du diesen Trick kennengelernt hast? Schreib es gerne in die Kommentare und vergiss auch nicht, diesen Kanal zu abonnieren, damit du kein neues Video mehr verpasst.